Hallo, willkommen zurück. Ne, ich mach's nachher im Nachhinein, Musik rein. Okay, hallo. Drück aus meiner Sicht, ich bin auch mit in der Höhle. Halt nur wahnsinnig. Bin auch mit in der Höhle, wow. Also in den Gängen. Boah, jetzt erstmal schön die Kopfschmerzen anmachen, Junge. Ich hoffe, also ich hab relativ spontan gerade, ich hoffe, das funktioniert so halt alles. Relativ spontan heute raus. War alles geplant jahrelang. Das ist eigentlich, wird sich jetzt gut, wenn wir es einfach eine halbe Stunde aufnehmen und dann am Ende merkt du, hmm, funktioniert gar nicht. Das ist gut. Das wäre eine optimale Voraussetzung. Hast du Platz noch, dass du jetzt noch mit aufnimmst, quasi so als Notfalllöser? Ich hab immer Platz. Hast du, dass du dann halt einfach mitlaufen lässt? Und wenn es halt bei mir nicht funktioniert, dass du deine Dings noch haben? Warte, dann muss ich mit dem Winamp, Junge, direkt wieder die Musik hier an. Wollt ich gerade komplett Musik anhören hier, Junge. Ja, nee, 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 das gönne ich hier nicht, Junge, du Kleiner. Das ist ein Arschloch. Nee. Vielleicht hab die Backup-Aufnahme gelaufen. Nice, optimal. Weil bei meinem Glück funktioniert das gerade alles nicht. Naja, egal. Wird schon klar wie ein bisschen Funksinn. Ich werde jetzt hier dann sehen, ob es funktioniert hat. Welche Sicht ihr seht. Die ersten Folgen sind aber noch spannender. Jawohl, so viel spannender wird das andere auch nicht. Hallo. Hallo, ich bin da, mein Mikrofon gerade schluss-Muten. Nice. Mein PC meinte gerade so, zu gehen, Junge. Nice, Kind. Kurz hochgeschraubt die Ventilatoren, Junge. Das habe ich heute in der Stadt mit meiner Simba gemacht, leider. So ein scheiß Oppi, der dich doch kurz vorher vom, vom Ortsbeginn noch gerade so überholen muss, quasi auf deiner Spur, trotzdem auf deiner Spur bleibt, dich fast in den Graben, äh, in den Graben drückt und dann innerorts... Grabe, Grabo, Junge. Und dann innerorts mit 30 lang tuckelt, Alter. Solch ein Wichser war. Nee, nee. Ich freue mich schon, wenn ich mit dem Führer schnappe mit meiner scheiß Zimmer hier durch die Stadt zu gurken, ey. Das wird lustig. Junge, 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 da gab es die Mitte Fingernampel, da hat er dumm geguckt. Ernsthaft? Ja, Alter, so ein Wichser, ey. Nee, da platzt mir der Kragen. Platzt mir der Kragen? Wir können aber ein Turtle bauen, sehe ich gerade mal so. Ja, stimmt. Hast du Redstone? Ja, schon wieder Diamanten. Wir brauchen einen Redstone. Haben wir, habe ich schon. Okay. Nee, ich bin gerade nämlich ein bisschen höher in so einer Höhle. Ich habe Redstone schon. Nice. Ich habe Redstone, Kohle und nochmal Redstone und Eisen. Und dann ist es. All das hat das Herz begehrt. All das hat das Herz begehrt. Hier ist alles. Kohle ist hier, hier ist Gold gewesen, hier ist Redstone. Eisen habe ich 11. Nice. Machen wir auch für eine Turtle, ne? Hä? Machen wir auch für eine Turtle, ne? Gut. Ja, also ne, Stein brauchen wir. Stein und Redstone. Und Glas. Der unten teilte Dias Spitzsacke. Ja gut, oder Saphir. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob das geht inzwischen. Das ging ja Zeit lang mal nicht. Früher ging es ja und dann geht es aber nicht mehr und dann geht es wieder. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Wir waren bei 0.00 Uhr. Vielleicht gehst du ja raus. Lenny macht es, wir haben gerade mit Trollen, ey. Ja, an der Stelle. Einen schönen Dank an Lenny, der das eh nicht guckt, aber ich bin trotzdem ein netter Mensch. Bedankt mich bei ihm. Oh, äh. Hier war ich gerade schon. Den langen Technikfreak. Ich freak, Junge. Oh, klar, ich habe eine Höhle gehört. Ich habe irgendwie auch die ganze Höhle, aber ich finde die alle nicht. Ich krab mal schon irgendwie mal dran vorbei, ey. Ja, da ist doch das Skelett. Irgendwann gleich habe ich sie. So, ich höre das Wasser. Oh, ich hasse Kies. So, um die Höhle. Nee. Ich weiß ja nicht. Jedes Mal die gleiche Scheiße, ey. Richtig, du müsst erst, dass man eh nie braucht, ey. Ist da eine Höhle drin? Nee, aber gleich. Ja, dachte ich auch. Nee, nee, nee. Diesmal ist das auch so. Da. Licht. Hast du eine Höhle? Ja. Oh, da vier, Junge. Also du hast jetzt eine, gut. Ja, aber ich habe kein Schwert, wird mir gerade auf, das ist nicht gut. Ich habe eins. Na, da ist das Skelett verbrennt er schon mal ganz ordentlich, so wie es das gehört. So, äh, machen wir die Spartaktik eigentlich? Was? So, am Anfang so wenig Ärzte verbrauchen wie möglich und dann den Scheiß Messerator so zu machen. Pöre, ich so. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es machen. Dass du so ein geiziger Typ bist, weiß ich. Ja, ich weiß. Das ist egal, können wir machen. Ja, von der dicke Höhle, Junge. Ganz viele Monster. Oh, was hast du denn hier? Schon wieder Elektrum, Junge. Eisenerz. Uran. Optimal. Fahrender Bergbaumeister, Junge. Ja, kannst du mal sehen, ja. Wenn du tellen, wie heute Bergbaumeister ist. Ja. Es ist ein Bergbaumeister. Es ist ein Baumeister im Berg, ey. Einer, der im Berg arbeitet und der Meister da unten gemacht hat. Wow. Wird schleifen Baumbergzeug. Ich bin cool. Ja, das bist du auf jeden Fall. Ja. Kupferwitschern habe ich auch schon mal. Das ist eins. Ich höre die ganze Zeit, diese dumme Lava. Ich finde die einfach nicht. Kotzgleich, ey. Oh, schon wieder Saphir. Oh, fuck. Das ladst du, Junge. Das ist ein Baumeister. Schau mal, das ist auch nicht irgendwas später. Der Spitzhack ist im Arsch. Wird das richtig dumm ist? Ja, ja. Das brauchten wir auch, ja. Also zu verzaubern brauchst du auf jeden Fall. Stimmt. Stimmt. Aber wofür nochmal? Ich weiß gar nicht, ob du das in der Version brauchst. Doch, doch. Das ist seit der 1.5. 2.5 glaube ich. Nee. Niemals so früh gekommen. Wir sind jetzt schon bei uns neu hin, Alter. Ernsthaft? Ja. Ich habe seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt, wirklich, ey. Ich glaube, wir müssen aufgenommen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich kann mal... Oh, Spalt. Spalt. Ganz am Anfang, Junge. Das waren noch Zeiten von Minecraft, ey. So 0, 2, 5. Ich weiß noch. Ich habe mal irgendwann gespielt, eine ganze Weile. Und dann hat mein Bruder auch. Da habe ich das meinem Bruder gegeben, das Spiel. Und der hatte halt viel andere, äh, übel viel andere Sachen. Ja, Martin. So, so Jungle und so. Das gab es bei mir halt noch gar nicht. Und bei ihm dann schon. Und ich dachte mir, hey. Warum so war ich übel, pissig die ganze Zeit? Weil ich herausgefunden habe, dass man das updaten kann. Wow. Er ist mal pissig zu dem eigenen Bruder sein, ey. Wenn du auch zu mir willst, musst du ins gelbe Portal gehen, ne? Na, das möchte ich nicht. Ins gelbe, weißt du, wie weit ich weg bin vom gelben Portal, immer? Muss ja, muss ja erstmal zurückkommen, haha. Ich bin lustig. Aber mein Spitzhack ist kaputt, also muss ich eh gleich zurück. Aber ich bin wahrscheinlich gar nicht mehr... Deswegen mein, das ist auch gleich kaputt. So gegangen. Wie viel Alorid hier ist, wa? Ja, ja. Aber seitdem, also früher hat das ja nie eine Bedeutung gehabt. Wenn man hier so die am Anfang, aber jetzt... Wenn man weiß, wofür man es benutzen kann. Naja, brauchst du es einfach. Du musst einfach mitnehmen. Ja, ich kann nicht anders. Das würde weggehen. So, ich werde jetzt erstmal weggehen, Junge. Weil das ja auch viele Pilze sind, Junge. Noch mehr Alorid, ist das dein Ernst? Man fucken den auch alle. Das ist ja wohl immer kurz mit dem Druck. Habt noch ne Altersschlussacke dabei, Leute. Ähm, gut, dann, wir haben fünf Saphir. Aha. Vielleicht den erstmal dran rein, machen den... So. ...pulverleise. Die muss man ja nochmal betreiben. Welchen? Der Pulverweiser? Ja, ja. Der Pulverweiser mit diesen Engine. Stimmt. Und den Mercurator halt mit Strom. Also mit Generator oder so. Aber die... Also eine Engine, obwohl jetzt so ne OP-Engine, die brauchen wir nicht. Welche denn? Die Engine waren dann nicht teuer, also den mit Kohle. Mit Kohle, den oder was? Ja, naja, klar. Am einfachsten. Und am leichtesten betreiben. Effektivsten. Ja, oder den Redstone-Motor. Ja, gut. Wir würden noch alles zielen. So, wo war der Eingang? Hier. Ein kreativer Motor, Junge. Umso kreativer du baust, umso mehr Energie kriegst du. Für das Haus. Ernsthaft? Ja, als ob. Meikhoff beurteilt, wie kreativ du baust. Na gut, kann ich mir schon vorstellen. Wie will man das in Energie umrechnen? Oder der braucht immer wieder was Neues zum... Äh. Das wäre auch cool. Einfach Steine reinpacken. Ein Steine, dann wieder ein Steine, dann wieder den Stein. Dann wieder den Stein. Vor und vorher. Hey. Wie komme ich jetzt zurück? Wo bin ich? Moment nach. Ich finde dazu halt nichts. Hast du das Blau Portal in der Stucht gesetzt? Ja, ja. Ja, ja. Ja. War so klar, dass du egosisch handelst. Hä? Sag mal. Bin ich hier völlig verwirrt, Alter? Ich bin hier nicht wieder raus, ey. Achso. Achso, Leute. Da ist immer noch mein Gang. Ups. Ja, Hubala. Was denn? Na ja, ist gut. Ich finde dazu leider auch wieder nichts im Internet, ey. Baut man den denn? Bist ja auch ein Kack-Noob. Wow. Mal probiert auf Englisch. Ah, hier kannst du eh nicht übersetzen. Ohoho. Ist einfach seelengebunden, ey. Ich finde dazu einfach nichts. Ne, ich finde dazu nichts zu. Aber wollen wir Verbrennungsmotor oder was? Welche von ist das? Stirling oder Verbrennungsmotor? Stirling Engine. Stirling Engine, okay. Stirling. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Nicht die andere. Das ist die... Verbrennungsmotor. Das ist die Western Engine, ist das. Ja, die Western Engine, das ist die normale. Ja. Die quasi nur einen MR pro Trick gibt. Ja. Willst du machen oder was? Ne, sie ist der effektivste. Ja, weil die hat nichts verbraucht. Ah, ne. Nicht die. Hey, das ist die doch nicht. Wie heißt denn die andere? Bin ich grad dumm? Meinst du nicht, wo man Redzone rein tut als Brennstoff? Nein. Wo man ganz normal Kohle reinpackt, Junge. Ja, Stirling Engine. Das ist doch nicht die Stirling Engine. Ja klar, da packst du Kohle rein, die verbrennt. Der Verbrennungsmotor war mit Schritt. Ah, ja, ja, ist okay. Ja, ja. Das Texture Pack. Okay, okay. Das Texture Pack hat mich rausgepackt. Haben wir Sand? Äh, nicht viel. Nö. Ja, keinen. Ja, auch ein Glas. Ich weiß. Ich weiß. Aber, äh, muss mal gucken am Strand. Ist ja auf jeden Fall was. Wir brauchen ja nur ein Glas. Ich würde schon gern zwei machen direkt. Ja, ich stehe am Strand. Das ist, äh. Äh. Zuck. Ja, mal gucken, ne? Bin gleich wieder da. Ja, viel Spaß. Kannst du schon mal Kolben bauen, wenn du willst? Zwei Stücke. Nö. Nö. Kein Bock. Heute nicht. Welche Schmied auch jetzt mal? Alles, weiß. Alles, botti, 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 attacke, типа. Hier sind Kühe übrigens, ne? Ist die die d samen? Holz, 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 Holz. Was gest du denn hier? Eine Day Blum, Puurus Junge? Die kommischen Blume. Puurum? Bruurs? Ja, komm als ob das Rubber wird. Das ist richtig ätzende klassische Rubber. Ich hoffe aber nicht. wahrscheinlich gibt es die auch wieder ja 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 das stimmt wo mehr rauskommt ne ja wo du halt einfach nur dieses kaufschock hast und nicht dieses ja mein ich ja schwarze mein kraft profi nennt man mich auch in fachkreisen hat denn hier pensioneller kreuzblock was macht das denn hier alles weil ich diese leuchtenden blöcke ja ja hier in irgendeinem haus drinnen ja ja hab ich auch vorhin auch schon gesehen was ist das für angst wir sind übrigens in der apotheke drinnen ja hab ich vorhin gesehen ich seh was da alles vor dir gut dass ich keine kohle reingeschmissen hab so dich nehmen wir und ich pack mal da rein hast du jetzt zwingst gemacht ne ne kolben hab ich ja zwei stück wo hast die reingepackt da hab ich noch im winter gut mach mal rüber was ich grad holz oder hast du schon ein dings zahnräder ja ja ich brauch holz ja das ist ein argument wo sie jetzt hacken gehen hier sind ich hab die kolben gefunden wo ich hacken reden sagst du also das heißt ich hab dir wirklich nix gepackt ja ich hab grad bisschen was geholt also ich mach grad was aber geht trotzdem mal was hacken arbeite du tier von der axtjunge äh wie war auf hier ne boah stickies ja geh doch einmal mit der holzhand hacken wenn wir ja nichts anderes haben oh ich schaue schon die ganze zeit weißt du was effektiv ist kann mir schon wieder soviel kabels dauern alter und ist gut soviel